Hallo und herzlich willkommen zurück bei Astrobot. Wir haben hier noch dieses Problem. Dieses Problem, das ist aber so interessant, dass wir erst mal dieses Problem machen werden. Okay, sind sie zeitmäßig unterwegs. Mistvieh. Du brauchst nicht so rumsatteln. Was ist das denn? Okay, da hinten ist der Bossraum. Mechaleon? Okay, was ist das denn? 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 Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Geh! Nein! Das war's für heute. Nichts! Ach Gottchen! Oh no! 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 Das war's für heute. Oh, das ist gut. Oh, was ist hier los? Ach, du Kacke. Oh, nee. Da hab ich es drehen müssen. Da hab ich es drehen müssen. Hast du Glück gehabt? Bisschen Angst davor. 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 parked the morning. Das kann mich nur weg. Aber sie hat nur eine. Du kannst es natürlich auch machen. Ich glaube, wir müssen noch mal warten. Da komm ich auch nicht hin. Was ist denn los mit mir? Jetzt aber. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin doch bescheuert. Ich glaube, meine Konzentration geht echt flüten. Ja. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Oh, das ist so gemein. Oh Gott. Und dann hänge ich an so einem Vieh. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Geh! Ruh! Ha! Ah! Ha! Das war's für heute. Po-ra-ra-ra! Oh my! Wir haben es geschafft und wir haben sogar noch ein Leben. Was bist denn du, ein Plopp? Bist du ein Digimon? Was ist denn er, bitte? Nein! Das erinnert mich ein bisschen an Pikminau. Oh, Pikmin ist doch ein Nintendo. Hier fehlt noch so ein anderes. Warum kommt das nicht? Also wir hätten jetzt noch eins und hier haben wir fünf. Wir gehen immer hier raus. Sechs. Ja, sieben fehlen halt noch. Also hier muss noch mal extra so eins kommen, bitte. Wo ist es? Es muss doch hier irgendwann kommen. Kommt das erst, wenn wir die... Wo ist es? Ich will das jetzt noch nicht anfangen. Zeige mir. Sollen wir doch noch mal den Scheiß probieren hier? Ich habe gar keinen Bock drauf. Na gut, komm probieren wir mal den Mist hier. Klingt ja super an. Zwang. Das war sicher. Zwang. Sollen wir mal hier. Zwang. Oh, ich ziehe. Zwang. 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 Wer hat den einen Tag eine bei Birg Kleinanzeigen geschrieben? Weil ich halt auch immer so eine Grußkarte mit dazu schreibe Mögen dir beim Händewaschen niemals die Ärmel runterrutschen Und ich hoffe, die Leute, die hier etwas damit zu tun haben Sie sehen einfach immer die Ärmel runterrutschen beim Händewaschen Ich hasse euch Ich bin schon gerade wütender nach diesen 2 Minuten Noch nicht mal 2 Minuten Wie bei Amod Core Und das ist schon Bei Amod Core nach einer halben Stunde Achein Ich bin schon Ich bin schon Dreck. Einmal noch und dann gehen wir. Könnt nicht mal. So einfach geht das. So, und jetzt? Wo ist Bröckelrandale? Ne, Retrorandale und Bröckeldingspunks haben wir schon gemacht. Wo ist der Rest? Es gab doch sonst noch eins. Was war das denn? Hier. Das, das. Und das hier war doch auch noch mal so ein kleines. Das hier. Rollstar Luna. Also irgend so was muss es noch geben. Was soll das? Loco Fieber. Loco Roco hieß das? Loco Roco. Okay, Lieben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier heute Schluss. Und ich gehe jetzt ins Nest. Und versuche dieses krasse Kackviereck zu vergessen. Was wahrscheinlich spätestens wenn ich wieder aufnehme, nicht dazu kommen wird. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Vielen Dank an Robert Dac für die Kanalunterstützung. Und bis morgen. Tschüss.